Kara Der Kara muss aus Sarbelo, reinem Eisen sein. Der Kalsa darf keinen Kara tragen, der aus Gold, Silber oder Kupfer besteht. Nur der Sarbelo-Kara ist für Gurudi akzeptabel. Der Kara ist eine Handschelle, die der Guru uns angelegt hat, um uns an unsere Pflichten gegenüber Vaheguru zu erinnern und uns davon abzuhalten, Sünden zu begehen. Der Kara lehrt uns, dass diese Hände, Sido Guru Gobind Singh, die gehören, mit denen wir nicht stehlen, betrügen, fälschen, unterdrücken, schikanieren, verfolgen, sündigen oder morden sollen. Glücksspiele sind nicht gestattet. Mit diesen Händen sollen wir einen ehrlichen Lebensunterhalt verdienen. Darüber hinaus sollten diese Hände der Gemeinde und der Kalsa-Nation dienen. Der Kara ist kreisförmig und hat keinen Anfang und kein Ende. Ebenso hat Vaheguru kein Anfang und kein Ende. Der Kara erinnert uns also stets an Vaheguru. Der Karte ist kreisförmig und hat einen Karten vorbeige,